Hallo meine Freunde, willkommen zurück. Heute gibt es bei mir endlich wieder die ersten zum Teil der schweren Schauer und Gewitter mit sehr großem Unwetterpotenzial. Ist da nicht eifrig? Ja. Blitze haben wir auch schon drauf gehabt. Ich habe eben schon mehrere ganz gewaltige Erdblitze gesehen. Also es ist endlich, endlich kommt mal wieder ein Gewitter mit Regen. Es tut einfach nur gut. Blitze habe ich leider jetzt bis jetzt noch keinen mehr gesehen. Ich hoffe ich erwische für euch noch einen. Regen ist jetzt bis jetzt noch nicht. Ich denke, das wird gleich auch, denke ich mal, noch richtig losgehen. Ich hoffe, es gibt einiges an Regen und nicht, dass es trocken bleibt. Aber ich denke nicht, dass es trocken bleibt, weil wenn das Ding direkt bei mir drüber hängt, dann muss, das wird definitiv regnen. Ich habe mal den Blitzer nicht gesehen. Wie war der da? So weit weg. Ich gebe mal bis hin zu, dass man hier noch ein bisschen Duft rein kriegt. Wir müssen auch schon hier noch den Donnern hier noch hört. Na, hier hört. Und viel Spaß mit dem Video und hört. Ich bin jetzt, also ich rede jetzt nichts mehr, damit ihr auch was hört. 3 4 4 5 6 6 6 9 8 1 8 7 7 10 10 1 10 1 10 11 í Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020